Hey Leute, ich bin's Conny und heute machen wir der Shop GUI fertig. Wenn ihr die ersten beiden Teile nicht gesehen habt, dann schaut's euch unbedingt an. Im ersten Teil hab ich gezeigt, wie man ein GUI erstmal grundsätzlich erstellt, dass es auf einem Gerät gleichmäßig gescaled wird. Im zweiten Teil hab ich gezeigt, wie man die Local Scripts für das GUI erstellt, dass sich der Shop hier öffnen lässt und schließen lässt und dass man die GamePasse kaufen kann. Ich hab jetzt extra fürs Tutorial zwei der GamePasse mal auf Kaufbar gestellt, so eingerichtet, dass ich auch raufklicken kann. Das sollte ja theoretisch nicht gehen, aber extra fürs Tutorial hab ich das jetzt mal gemacht, dass hier dann trotzdem die Prompts off gehen. Ich drück auf jeden Fall hier oben jetzt auf das X, um das GUI zu schließen und wir gehen direkt rein. Zuallererst gucken wir uns nochmal das GUI an. Das GUI befindet sich natürlich rechts im Explorer ins Starter GUI drin. Hier ist es drin. Wenn ihr den Explorer nicht findet, geht ihr ganz oben links auf View, dann ganz, ganz links hier auf Explorer. Wenn ihr das anklickt, dann öffnet sich der Explorer. Dasselbe gilt für die Properties. Hier findet ihr alle Fenster. Nun, in diesem GUI haben wir ein Local Script drin gehabt. Was ich an dem Local Script seit dem letzten Mal geändert habe, Ich hab jetzt nur für den Test, nur für dieses Tutorial in Besitz auf False gestellt. Einfach nur, damit ich die Game Pass überhaupt kaufen kann, weil wir haben es ja so gemacht, dass man die nicht kaufen kann, wenn man sie schon hat. Und als Spielersteller besitzt man die Game Pass schon. Jetzt müssen wir ein Script schreiben, der dafür sorgt, dass wenn wir sie dann gekauft haben, dass wir sie auch bekommen. Und das machen wir nicht hier in dem Local Script, weil Local Scripts werden ja vom Client ausgeführt. Und der Client, der darf das gar nicht können. Wir gehen jetzt in den Ordner Server Script Service rein. Hier ist schon der Datenmanager aus dem anderen Tutorial drin. Und so ein kleines Admin Script, das ich mal geschrieben habe, worauf wir nachher nochmal zurückkommen. Wir klicken hier jetzt auf Plus und sagen dann Neues Script. Das Script nennen wir jetzt einfach mal Game Pass Handler, damit wir wissen, wofür der da ist. Das Print Hello World nehmen wir raus und schreiben jetzt als allererstes Local MPS ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Marketplace Service, damit wir den Marketplace Service haben. Im letzten Teil habe ich euch schon gezeigt, was man schreiben muss, damit so ein Game Pass Kauf auch vom Spiel bemerkt wird. Genau dasselbe schreiben wir jetzt auch einmal. Hier haben wir jetzt die Funktion geschrieben, Game Pass Purchase Finish, ihr könnt die nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr hier MPS Punkt Prompt Game Pass Purchase Finish Doppelpunkt Connect und dann die Funktion schreibt, in der wir dann die Game Pässe handhaben. Als allererstes prüfen wir, ob der Spieler, wenn dieser Prompt fertig ist, den Game Pass auch gekauft hat. Wenn dieses GI aufploppt und der Spieler dann den Game Pass kauft oder nicht kauft, wird in beiden Fällen diese Funktion ausgeführt. Und man kriegt die Werte erstmal den Spieler, dann die ID von dem Game Pass und dann, ob er gekauft hat oder nicht. Also schreiben wir jetzt erstmal, if gekauft ist gleich false, then return end. Also, wenn der Spieler es nicht gekauft hat, Arschlecken, weg. Brauchen wir uns gar nicht mit befassen. So, jetzt kommt aber der Code, wenn er ihn gekauft hat. Und jetzt müssen wir für jeden Game Pass, den wir haben, eine eigene Funktion hinzufügen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben ja zwei Game Pässe, die einem Schwerter geben sollen. Um die kümmern wir uns zuerst. Zuerst getten wir erstmal die Schwerter. Ich habe die Schwerter im Vorfeld schon in den Server Storage hier rechts reingepackt. Wir öffnen mal den Server Storage. Wir sehen, hier ist das coole Schwert. Hier ist noch ein Schwert. Und die getten wir erstmal. In den Game Passen heißen sie ja Schwert und Schwert 2 oder so. Deswegen schreibe ich local server storage game Doppelpunkt get service server storage. Und dann sagen wir local schwert 1 ist gleich server storage Doppelpunkt find first child. Und dann schreiben wir in Anführungsstrichen cooles Schwert. Da sind dasselbe noch mit dem Schwert 2. Local Schwert 2 ist gleich server storage Doppelpunkt find first child. noch ein Schwert. Wichtig die müssen genau so heißen wie sie hier auch drin heißen sonst werden sie gar nicht erst gefunden. Jetzt können wir erstmal gucken nach der Game Pass ID. Gehe ich erstmal auf die Seite von dem Game Pass von Schwert 2. Hier oben im Link da steht die Game Pass ID drin. Wir wissen das ist die für Schwert 2. Also kümmern wir uns erstmal um Schwert 2 weil das bei mir der erste Tab ist. if ID ist gleich diese ID vom Schwert 2 dann prüfen wir noch ob der Spieler noch da ist. Muss man immer mal zwischendurch prüfen. Und ich sage auch and Schwert 2 denn der Schwert 2 aus irgendeinem Grund nicht im Server Storage ist dann haben wir ein Problem. Dann können wir es dem Spieler auch nicht geben. Aber wir sagen jetzt erstmal wenn der Spieler existiert und wenn Schwert 2 existiert dann sagen wir Local Schwert ist gleich Schwert 2 Doppelpunkt Clone weil wir wollen dem Spieler ja nicht dieses Schwert aus dem Server Storage geben wir wollen ihm eine Kopie von diesem Schwert geben und dann sagen wir Schwert.parent ist gleich Player.startergear wir wollen das dem Spieler in Startergear packen jetzt gucken wir mal was passiert wenn ich jetzt auf Play drücke und das Ding kaufe ich kommentiere jetzt gekauft ist gleich Falls auch mal aus das dürft ihr in eurem Spiel natürlich auf gar keinen Fall machen wenn es öffentlich ist das ist jetzt nur zu Testzwecken da ich drücke hier nochmal auf das Schwert drücke dann nochmal auf OK und jetzt wird die Funktion auch ausgeführt weil ich es auch gekauft habe wir gucken hier mal rechts in Players Roblox Conny und dann Startergear und hier ist das Schwert drin aber interessanterweise ist das Schwert jetzt in Startergear aber nicht im Backpack weil die Sachen die im Startergear drin liegen die kriegt man nur dann wenn der Spieler neu spawnt das heißt wir müssen jetzt hier oben einmal auf Reset Character drücken bam ich falle um und auf einmal habe ich hier unten in der Leiste noch ein Schwert jetzt ist es nämlich auch in meinem Backpack drin so machen das die meisten Spiele und ich finde das ziemlich blöd deswegen nehme ich diese gesamte Funktion hier nochmal kopiere alles palest das hier nochmal hin wir sagen jetzt das Schwert das Local können wir weglassen aber Schwert ist nochmal Schwert 2.Clone und jetzt sagen wir Player Doppelpunkt Backpack wir könnten zwar jetzt auch einrichten dass er automatisch das Ding Equipped aber ich bin zu faul jetzt noch den Humanoid zu getten ihr müsstet dann den Humanoid getten und dann die Funktion Humanoid Equipped Tool ausführen das habe ich ja schon bei Cooles Schwert Klickbar hier einmal gemacht hier sehen wir es einmal Script so wir getten den Humanoid Spieler Character Feindfirst komm wir kopieren das einfach raus wir kopieren es einfach raus so nehmen hier Player und schreiben es um den Spieler und dann haben wir das so wir drücken jetzt nochmal auf Play gehen auf den Shop gehen auf das Schwert sagen kaufen haben es gekauft und es wird direkt ausgerüstet dieses gesamte If Statement hier müssen wir jetzt nochmal schreiben wir schreiben diesmal aber nicht If sondern wir schreiben Else If ich kopiere es trotzdem einmal rüber und schreibe dann Else If ID ist gleich dann gehen wir wieder in den Browser gehen zu Schwert 1 klicken machen hier oben Doppelklick auf die ID von dem Schwert kopieren die uns raus kopieren die hier rein und dann machen wir dasselbe und ändern hier überall Schwert 2 in Schwert 1 um und dann funktioniert das Ganze auch mit Schwert 1 jetzt haben wir aber immer noch ein Problem die Leute haben sich jetzt den Game Pass gekauft und wenn sie ihn kaufen kriegen sie das Schwert aber wenn sie das Spiel verlassen und wieder reinkommen kriegen sie das Schwert immer noch nicht dementsprechend müssen wir jetzt diese Funktion hier auch ausführen wenn ein Spieler dem Spiel beitritt und jetzt wird es anstrengend wir brauchen den nächsten Service Local Players ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Players jetzt gehen wir einfach mal runter und sagen Players Punkt Player Edit Doppelpunkt Connect und dann die Funktion Player Edit die wir noch schreiben müssen die schreiben wir jetzt hier Function Player Edit Klammer auf Klammer zu und dann schreiben wir einfach mal Spieler in dem Fall weil wir lustig sind ne wir schreiben Player weil wir oben auch Player geschrieben haben dann können wir besser copy pasten und hier müssen wir jetzt bei jedem Spieler auch checken ob der Spieler den Game Pass hat und das für jeden einzelnen Game Pass und das haben wir ja schon hier in unserem Local Script gemacht wir öffnen also nochmal das Local Script von dem letzten UI ich nehme dieses Fall C jetzt nochmal weg weil wir es ja nicht mehr fürs Testen brauchen Marketplace Service User Owns Game Pass Async diese Funktion haben wir hier und das müssen wir jetzt für jeden Game Pass machen und damit auch alles hübsch ausgeführt wird arbeiten wir einfach mal mit einem For Loop also For Unterstrich Komma habe ich beim letzten Mal schon erklärt warum ich das so mache ID in per Game Passes do jetzt braucht man natürlich noch ein Table mit allen Game Passes also scrore ich einfach mal hoch sag jetzt Local Game Passes ist gleich dann machen wir hier ein Table auf da kommen dann später die ganzen Game Pass IDs rein coroutine.wrap Function Klammer auf Klammer zu Enter dann hier nochmal Klammer auf Klammer zu er meckert rum weil ich Game Passes oben klein geschrieben habe also mache ich es ja auch jetzt paste ich hier einfach das rein was wir hier hatten Marketplace Service User Owns Game Pass Async nehmen wir hier Player packen das hier rein Player Punkt User ID und dann die ID von dem Game Pass wir wollen natürlich auch den Value haben also sagen wir wir sagen jetzt einfach if when also wenn der Spieler den Game Pass besitzt dann wird die Funktion für den Game Pass ausgeführt und dann müssten wir ja eigentlich für jeden Game Pass nochmal den Spaß hier machen weil das auf Dauer ziemlich lang wird müssten wir diese Funktion hier irgendwann auch aussondern ich mache auch mal das hier wieder so wir könnten zum Beispiel im Falle der Schwerter einfach eine Funktion erstellen die den Leuten dann ein Schwert gibt also Function Item geben Spieler Komma Item so dann nehmen wir diesen ganzen Spaß hier rein kopieren das da rein ich ändere das Spiel einfach mal in Player einfach nur um consistent zu bleiben normalerweise schreibe ich immer Spieler aber ich habe irgendwann mit Player jetzt angefangen in dem Video also bleiben wir dabei wenn Spieler und Item dann müssen wir natürlich überall Schwert 2 jetzt durch Item austauschen und bevor wir das hier machen müssten wir eigentlich auch sicherstellen dass der Charakter auch existiert und weil ich darauf jetzt keinen Bock habe lösche ich das trotzdem raus keinen Bock könnt ihr selber machen das Video kann nicht unendlich lang dauern und jetzt kopieren wir hier einfach Item geben und machen hier alles weg und schreiben einfach nur Item geben Spieler Schwert 2 machen hier alles weg tauschen es aus durch Item geben Spieler Schwert 1 und genau diese Funktionen hier können wir einfach auch callen wir gehen jetzt hier rein und sagen Game Pass Project finished dann packen wir den Spieler rein die ID und gekauft setzen wir einfach auf True weil wir wissen ja dass er den Game Pass gekauft hat wenn er dem Spiel beitritt dann machen wir mal die Abstände weg das ist eine kleine Funktion müssen wir nur noch die Game Pass IDs auch in den Table Game Pass reinpacken deswegen nehme ich die ID hier schreibe jetzt Game Pass ID dann Semikolon und dann die nächste Game Pass ID und jetzt haben wir das schon mal gemacht für die zwei Schwerter auf der Webseite sehen wir jedoch wir haben auch einen Admin Game Pass und das funktioniert ein bisschen anders ich gehe jetzt auf jeden Fall bei den Schwertern nochmal kurz in die Konfiguration rein und nehme die aus dem Angebot raus weil ich nicht riskieren möchte dass Leute sich jetzt diese Game Pässe kaufen obwohl die denen noch gar nichts bringen dann kümmern wir uns einfach mal um den Admin Game Pass ich kopiere hier die ID von dem Game Pass gehe wieder rein pack die ID jetzt auch hier dazu damit die auch beim Spawn geprüft wird und wir müssen eine Funktion reinpacken also schreiben wir wieder else if ID ist gleich ist gleich die ID von dem Admin Game Pass denn ihr werdet höchstwahrscheinlich in eurem Spiel ich öffne mal kurz die Toolbox gehe auf Models HD Admin drin haben und bei HD Admin habt ihr hier einen Folder den macht ihr auf dann sind hier die Settings und in den Settings könnt ihr einfach Ranks festlegen ihr schreibt einfach hier die ID rein von eurem Game Pass schreibt dann hier nicht VIP sondern Admin und dann ist es schon erledigt HD Admin macht es euch ziemlich einfach weil da schon alles drin ist ich arbeite jetzt aber mit einem selbstgeschriebenen Admin Script das ich ganz schnell hingeklatscht habe für einen Livestream super simple Admin Script und das funktioniert ein bisschen anders hier stehen die Admins einfach nur beim Namen drin und das werde ich jetzt einfach mal ändern ich drücke jetzt einfach mal auf plus füge dann ein Modules Script hinzu und schreibe hier dann einfach Admin rein so ich benenne das Modul hier drin auch um in Admin ist gleich ein Table da haben wir hier diesen Table ich lege mir hier mal die ID ab damit ich sie später habe gehe hier rein und kopiere mir einfach diesen Table paste ihn hier rein sagt dann in dem Teil hier Admin ist gleich require script Punkt admins und das war's wird dann genauso funktionieren aber was ich jetzt machen kann ist ich kann diesen Value jetzt bearbeiten ich kann jetzt einfach vom Game Pass Händler aus sagen okay local admins ist gleich require script Punkt parent Punkt super simple admin script Punkt admins ich sag jetzt einfach mal table Punkt insert admins Komma player Punkt name wird das Spielername hinzugefügt wir können es jetzt einfach mal testen indem ich Roblox Connie hier einfach mal rausnehme und hier einfach mal ein Print hinzufüge Print admins und danach auch einmal Print admins kurz das admin script umgeschrieben dass es während des Spiels prüft ob man ein Admin ist drücke hier auf play ihr seht als ich dem Spiel beigetreten bin wurden diese zwei Sachen geprintet warum es wurden einmal alle Game Passer durchgegangen und dann wurden sie gegrantet weil ich der Besitzer des Spiels bin habe ich alle Game Pässe deswegen habe ich hier noch ein Schwert und ich habe hier das coole Schwert und es wurde auch erstmal die Tabelle mit den Admins geprintet ich mache es mal ein bisschen kleiner ihr seht es gibt sechs Admins ich bin nicht dabei und danach wurde es ja nochmal geprintet und hier gibt es auf einmal sieben Admins und ich bin der Letzte wenn ich jetzt hier zum Beispiel oben reinschreibe Ausrufezeichen size mit zwei dann funktioniert es ich habe Adminrechte durch den Game Pass das Lustige ist ich habe den Game Pass und ich bin Admin haha ich bin doppelt Admin muahaha unlimited power so die Prints nehme ich jetzt erstmal raus und das mit den Admin Dingern funktioniert jetzt auch wunderbar und das Prinzip das könnt ihr tatsächlich auch nutzen für andere Sachen wo bestimmte Spieler Rechte haben ihr packt sie einfach in eine Liste die Liste ist in einem Module Script drin das Module Script befindet sich hoffentlich bei euch auch im Server Script Service damit die Spieler das nicht mit Exploits bearbeiten können und dann kann der Game Pass Händler das einfach von außen bearbeiten oder dass ihr es woanders hinschreiben müsst so als letztes haben wir noch den Double Money Game Pass und Double Money haben wir hier kopiere ich mir auch die ID raus und Double Money ist dann ein bisschen schwieriger weil Money kriege ich ja an verschiedenen Stellen in diesem Spiel aber es wird immer durch eine zentrale Stelle durchgehauen und das ist der Datenmanager ich öffne mal den Datenmanager und hier haben wir das ja gemacht dass wir einfach nur eine Funktion hinzugefügt haben die heißt Gib Daten und dann werden die Daten rausgegeben und dann können die irgendwie bearbeitet werden das ist so an sich nicht zu empfehlen anstelle mit Gib Daten zu arbeiten füge ich hier jetzt nochmal eine neue Funktion hinzu ich kopiere einfach diesen ganzen Spaß füge das hier hinzu und jetzt sage ich einfach Geld dann sagen wir Spieler Komma Betrag dann sagen wir Spielerdaten ist gleich Profiles.Spieler if not Spielerdaten dann gibt es ein Wahn und dann returnen wir nicht sondern wir sagen einfach Spielerdaten Punkt Data Punkt Geld Plus ist gleich Betrag wir könnten das jetzt auch ein bisschen erweitern weil wir haben dasselbe ja auch mit Diamanten gemacht das heißt wir könnten jetzt sagen Spieler Komma Currency ich schreibe Currency weil Währung hat ein L drin das kann man so nicht schreiben dann sage ich einfach nicht Data Punkt Geld sondern Data und dann sagen wir Klammer auf Klammer zu Currency Plus ist gleich Betrag jetzt müssen wir natürlich an alle Stellen gehen indem wir das mit diesen blöden Gib Daten gemacht haben aber so ist das wenn man im Nachhinein Sachen bearbeitet muss man auch mal durch sowas durch da haben wir zum Beispiel hier den Diaknopf gehe ich rein in den Script und da wird einfach mit Gib Daten gearbeitet und dann wird es Plus gemacht stattdessen schreibe ich jetzt einfach Gib Geld dann sage ich Spieler Komma Diamanten Komma 1 Diamanten natürlich in Anführungsstriche und das hier kommt weg so ich gehe auch in den Geld Knopf rein dann hier auf den Click Detector und den Script sehe hier haben wir ein bisschen mehr geschrieben weil hier haben wir ja ein Debounce gemacht aber im Grunde ist das das gleiche wir holen uns hier die Daten und erweitern sie hier um 10 deswegen lösche ich das hier raus schreibe jetzt einfach Datenmanager Gib Geld Doppelpunkt Geld 10 dieses Daten ist gleich kann eigentlich weg weil es wird sowieso nichts returned es schadet aber auch nicht wenn es drin steht es ist eigentlich vollkommen wurscht so Leute ich mache mir jetzt noch die Mühe das in allen anderen Kopien von diesen Knöpfen auch noch schnell zu machen gebt mir einen Augenblick so das ist jetzt überall geupdatet in allen Click Detektoren benutze ich jetzt die Funktion Gib Geld wo dann das Geld erhöht wird über den Betrag der da drin steht und was wir jetzt machen können wir können einen Multiplikator hinzufügen da gibt es auch wieder tausende Wege das zu implementieren ich entscheide mich wieder mal für den einfachen Weg um es euch grundsätzlich zu zeigen wir haben ja hier den Game Pass Händler und hier gibt es die Funktion Use Owns Game Pass Async da gehen wir einfach mal rein einfach um es loszukoppeln von den komplett anderen Scripts damit ihr es bei euren Systemen nutzen könnt mache ich es auch einfach mal komplett frei wir schreiben hier Local Multiplikatoren ist gleich ein Table wir haben ja auch eine Funktion die immer gestartet wird wenn der Spieler geladen wird wir arbeiten jetzt einfach mal Use Something with a Loaded Profile und da packe ich dann rein Multiplikatoren Eckige Klammer auf und zu Player ist gleich 1 Coroutine.rep Function dann mal auf Klammer zu Enter End machen wir einen kleinen Abstand rein if User 1 Game Pass then wir müssen erstmal Variablen austauschen Player wird zu Player die ID von dem Admin Game Pass die haben wir hier die kopieren wir uns hier rüber und tauschen sie aus und wir müssen noch den Marketplace Service getten das machen wir natürlich auch ganz oben einmal hier bei den Players zum Beispiel MPS ist gleich Game Doppelpunkt Get Service Marketplace Service also wenn der Spieler den Game Pass hat wir sagen hier einfach mal ist gleich Table und dann sagen wir Multiplikatoren Punkt Spieler Punkt Geld ist gleich 2 das bedeutet wir haben jetzt einen Geld Multiplikator hinzugefügt den haben wir auf 2 gesetzt wir können jetzt einfach Multiplikator.spieler.geld hier einfach mal unsere rauskopieren gehen hier hin zu der Funktion wo wir den Leuten Geld geben also haben wir uns jetzt noch den Multiplikator dazu das heißt wir sagen jetzt Local Multiplikator ist gleich 1 erstmal in jedem Fall ist der Multiplikator 1 und jetzt gucken wir ob es einen extra Multiplikator gibt if Multiplikatoren in Klammern Spieler also wenn es für den Spieler irgendwelche Multiplikatoren gibt gibt es aber wir checken es trotzdem nur zur Sicherheit and Multiplikatoren Spieler Currency then also wenn es für den Spieler Multiplikatoren gibt und wenn es für diese Währung für den Spieler Multiplikatoren gibt dann wird der Multiplikator gleich Multiplikatoren Spieler Currency dann sagen wir einfach Betrag mal Multiplikator und wir haben natürlich wieder einen totalen Anfängerfehler gemacht die CoreRoutine.RapFunktion steht da aber sie wird nicht ausgeführt wir müssen jetzt zu den Klammern gehen und natürlich Klammer auf und zu machen solche Sachen passieren immer wieder wir drücken jetzt nochmal auf Play und jetzt sollte es eigentlich auch funktionieren wir gehen jetzt jetzt zu dem Knopf hin wir wissen ok pro Klick müsste ich eigentlich 10 bekommen klicke ich einmal rauf und ich habe 20 Geld dazu bekommen wir sehen jetzt nochmal ich habe 17.050 ich klicke jetzt einmal rauf und ich habe 70 90 110 130 ich kriege jedes Mal wenn ich klicke zweimal so viel Geld wie ich eigentlich bekommen müsste weil hier der Multiplikator auf 2 steht solche Kleinigkeiten können einen beim Code immer rauswerfen ihr müsst unbedingt darauf achten wenn ihr Code schreibt dass jedes Zeichen absolut korrekt ist wenn irgendwo ein Zeichenfehler ist funktioniert es nicht deswegen immer genau hingucken wir sind an der Stelle auf jeden Fall fertig beim Game Pass Händler habe ich hier das Gekauft If nicht mehr auskommentiert falls ihr das noch auskommentiert habt macht unbedingt den Kommentar hier weg damit das auch gecheckt wird weil sonst hat jeder Spieler jeden Game Pass und das wollt ihr nicht und hier im Local Script natürlich auch im Besitz nicht auskommentieren damit das GUI auch am Ende gut aussieht wir sind jetzt fertig ich kann jetzt auf die Roblox Webseite gehen für jeden meiner Game Pass jetzt einen Preis einstellen und die auch wirklich auf Verkauf setzen Schwert 2 stelle ich einfach mal auf 5 Robux weil das sind ja alles unnützige Schwerter die eben gar nichts bringen die machen nicht mal Schaden wie wir uns erinnern dann haben wir hier Double Money gehe ich auch auf konfigurieren stelle es ins Angebot Double Money komm ist was wichtiges sagen wir kostet 100 Robux so dann haben wir hier noch den Admin Game Pass gehen wir auch auf konfigurieren ins Angebot und Admin Rechte sollen auch 420 Robux kosten wobei ich denke gerade drüber nach falls ich gerade falls ich in einem Livestream drin bin und sich dann jemand Admin Game Pass kauft dann doch lieber nicht dann packe ich es vielleicht doch auf 1000 Robux damit sich die Leute das nicht einfach so kaufen und für Schwert 1 gehe ich auch mal auf konfigurieren und Schwert 1 sieht ein bisschen cooler aus deswegen kostet das gleich 7 Robux so wir haben alle Game Pässe eingestellt ich kann auch mal auf Play drücken aber wir werden nicht sehen dass die Game Pässe eingestellt sind weil die sind ja alle im Besitz stattdessen gehe ich jetzt einfach mal mit einem zweiten Account online und ich sehe gerade irgendjemand ist im Tutorial Game drin das finde ich ein bisschen unangenehm nicht dass der jetzt irgendwelche Game Pässe sich gekauft hat die noch gar nicht funktionieren weil das Spiel noch nicht gepublished wurde und da fällt mir gerade ein ich habe das Spiel noch gar nicht gepublished also bringt es uns gar nichts ich muss das Spiel noch publishen das ist natürlich ganz wichtig bevor der Spaß überhaupt funktioniert drücke hier oben links auf File und dann auf Publish to Roblox jetzt sind die Updates die wir gemacht haben auch öffentlich ich gehe dann hier nochmal auf mein Tutorial Game gehe oben auf die drei Punkte und sage dann alle Server abschalten und dann starte ich nochmal den Roblox Client für meinen zweiten Account gehe nochmal rein ins Tutorial Game von Roblox Conny und sehe jetzt ist hier das Ding drin oh meine Mausempfindlichkeit ist sehr hoch ich gehe mal hier oben auf Einstellungen Mausempfindlichkeit oder Kameraempfindlichkeit runter viel zu anstrengend so ist besser perfekt haben wir jetzt hier den Shop ich kann den Shop anklicken hier gibt es die Game Pässe das Schwert für sieben Robux Admin für tausend Robux Double Money für hundert Robux und Schwert zwei für zwei Robux wenn ich es anklicke kommt das Prompt zum Kaufen ich habe aber nicht genügend Guthaben habe ich wenigstens genügend für das hier oh das kann ich mir kaufen aber ich will Schwert zwei gar nicht nach der Transaktion Guthaben ach ich will Schwert eins soll ich mir Schwert ich hole mir Schwert eins komm ich kaufe mir Schwert eins mit meinem zweiten Account ich klicke auf Kaufen du hast Schwert eins gekauft und hier unten ist Schwert eins jetzt auch in meiner Leiste drin ich kann es ausrüsten ich kann damit nichts machen weil es nicht dafür ausgestattet ist dass man damit was machen kann aber ich habe das Schwert jetzt hier haben wir einen sehr kleinen Mann übrigens in dem Tutorial Game waren die letzten Tage immer mal wieder irgendwelche Leute drin mit denen ich zum Beispiel Sachen machen kann wie Size Me 2 und dann haben alle von mir gewollt ey Conny mach mich bitte größer mach mich bitte kleiner dies das und dann dachte ich mir mach es doch selber dann habe ich hier die Knöpfe hinzugefügt also wenn man auf den hier raufklickt wird man schneller wenn man auf den hier raufklickt wird man langsamer wenn man auf den hier klickt wird man größer und wenn man auf den hier klickt wird man kleiner damit die Leute mich nicht mehr nerven und es einfach selber machen können so ich hoffe ich konnte euch mit diesen Tutorials helfen wenn das so war dann liked gerne mein Video abonniert auch gerne meinen Kanal schaut euch gerne die anderen Tutorials an und schreibt mir in die Kommentare was ihr euch noch so für Tutorials wünscht das war's und Ciao Ciao